Das beginnt bei Netzsperren, das haben wir eh ausdiskutiert, aber es gibt auch noch andere Punkte. In der Wahlkabine wird die Frage nach dem Bundestrojaner mit Ja beantwortet. Im Standardinterview sagt dann der Peter Pilz, da war nicht der Bundestrojaner gemeint, sondern da war eigentlich gemeint, dass man verschlüsselte Kommunikation überwachen soll. Er werfe eine andere technische Möglichkeit. Dann fragt ihm der profunde Interviewer, welche andere technischen Möglichkeiten es gibt. Dann sagt er, es gibt es nicht, aber man hat mich ja nicht gefragt, ob das möglich ist. Dann sagt er als nächstes drauf, in Vordelberg, bei den Vordelberger Nachrichten, was dann sein Ansatz wäre. Dann sagt er, mehr Spitzl, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ansatz. Also da gibt es einfach bei euch noch große programmatische, den großen programmatischen Diskussionsbedarf. Euer Rechtsanwalt Noll ist bei der Urheberseite einfach ein Scharfmacher, das muss man so sagen. Er vertritt ja auch einen Teil der Branche. Ja, ihr seid einfach schlicht noch nicht austariert, was für was ihr genau steht. Man weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, da liegt der Unterschied bei uns, ist das klar. Dankeschön. KPÖ, Schluss. Schluss ist wichtig. Ja, ich möchte zuerst noch auf ein paar Themen eingehen, die gefallen sind. Wie kann man verhindern, dass im Parlament Fake News propagiert werden? Das ist eine ausgesendete Frage, wie kann man zum Beispiel im EU-Parlament verhindern, dass eine Urheberrechtsreform angestrebt wird, mit einem Paper, das selber in Auftrag gegeben und auch falsch zitiert wird. Also das ist ein Problem, das sehe ich auch so. Und eine Studie, die alle dann zurückgehalten sind. Genau das, ja. Da haben wir Gott sei Dank gute Politikerinnen und eine im Speziellen, die dann dort geholfen hat. Open Source in der Schule, alles was der Staat finanziert muss Open Source sein, da stehen wir ganz klar dafür. Und bezüglich Kinder und Medienkompetenz. Ich glaube, es braucht vier Kulturtechniken, die die Leute können müssen. Das ist lesen, schreiben, rechnen und programmieren. Und wenn die Leute das beherrschen, dann wird sich einiges, glaube ich, ändern. Und dann kann man auch darüber reden, ob man Blockchain-Projekte angeht oder nicht. Weil wenn man mal ein paar Tage damit verbringen muss, jemandem zu erklären, wie die Blockchain funktioniert, ist das wahrscheinlich nicht so vertrauensfördernd für ein E-Voting-System. Wenn die Leute das selber programmieren können, dann kann man eventuell darüber diskutieren. Ja, grundsätzlich zur KPO und zur Digitalisierung. Wir leben in einer extrem geilen Zeit, weil bisher war es so, dass jeder was tun musste, damit alle genug haben quasi. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben das Privileg, dass es durch Automatisierung möglich ist, Arbeitsplätze einzusparen und abzuschaffen. Und dass es weniger Arbeit gibt, ist eigentlich was Gutes. Weil das heißt, dass wir immer weniger tun müssen und trotzdem unseren Wohlstand und die Gesellschaft am Laufen halten können. Das Problem allerdings ist, wem dieser Wohlstand zugute kommt. Und dieser Wohlstand ist überwiegend dort, wo er wirtschaftet wird. Es gibt einige wenige Konzerne, die in der Lage sind, selbst eine Systeme und KIs zu bauen, die selbst fahrende Autos auf die Straße bringen, die Algorithmen entwickeln. Die dann mit Profiling und diversen Daten Geld verdienen. Und damit findet eine Umverteilung nach oben statt. Und da setzen wir uns ganz klar dafür ein, dass hier alle am technischen Fortschritt partizipieren und alle den Wohlstand gerecht teilen. Zum Beispiel in Form von Arbeitszeitverkürzungen, Mindestlohn oder einem bedingungslosen Grundeinkommen, was überhaupt nicht diskutiert wird aktuell. Um hier eine völlig neue Gesellschaftsform zu finden, die von der Digitalisierung profitiert. Weil wenn ich jetzt sage, wir haben multinationale Konzerne, die aber Milliarden und Milliarden ins Ausland verschieben und währenddessen diskutieren wir darüber, dass wir mehr Arbeitsplätze schaffen müssen und zugunsten deshalb die Mindestsicherung kürzen, dann ist das der völlig falsche Weg und lässt die technischen Möglichkeiten und die Gewinne, die daraus erwirtschaftet werden, völlig außer Acht. Dankeschön. Neos. Das Schlusswort quasi. Ja, dann fange ich vielleicht damit an. Was sind die Themen, die wir gerne in der nächsten Periode in dem Bereich am stärksten durchsetzen wollen würden oder treiben wollen würden? Das ist einerseits zum Thema, das wir zuerst heute hatten, eine Überwachungsgesamtrechnung, was wir dann eigentlich gar nicht so on detail besprochen haben, weil es uns darum geht, einen anderen Blick darauf zu kriegen. Weil man natürlich medial immer gerne einzelne Maßnahmen besprechen kann, die jetzt vielleicht für sich allein gestellt immer vielleicht sogar verhältnismäßig wirken könnten. Aber wie das Ganze denn im Gesamtkontext ausschaut und das Zusammenkommen kleiner Maßnahmen zu einer Totalüberwachung führen kann, das wäre für uns etwas, was auch ganz dringend notwendig ist. Das eine Thema Überwachungsgesamtrechnung und das andere Thema, dass man im Bereich Informationsfreiheit weiterhin Meta macht. Es ist jetzt Thema gewesen im letzten Jahr, man hat schon manchmal die Hoffnung gehabt, vielleicht kommt man irgendwo hin. Politik braucht, glaube ich, in dem Bereich noch mehr Optimisten, die sich noch gerne dafür einsetzen, dass in der nächsten Periode etwas gemacht wird und das ist für uns auch ein, wird eines der zwei wichtigsten Themen sein. Was jetzt grundsätzlich unsere Herangehensweise zum Thema Digitalisierung betrifft, ist eben ein Narrativwechsel, dass man auch aufhört, gerade auch vielen, wie es auch viele Boulevardzeitungen in Österreich auch publizieren, aufhört zu versuchen, den Leuten zu erklären, es wäre ein Prozess, den man aufhalten könnte und der eine große Gefahr darstellt, hin zu einer Akzeptanz. Wir sind längst darin, wir haben ganz viel aufzuholen, was digitale Rechte, auch das Wahrnehmen von Rechten im Internet betrifft, gerade auch bei Kindern und dass wir dort hinkommen und dass wir das auch, und da habe ich halt eine andere Position wie viele her, dass es nicht immer primär darum geht, was gehen da doch für Jobs verloren, sondern was kriegen wir für neue Möglichkeiten. Was entstehen für neue Branchen und wo können wir auch in Österreich Meta machen, wenn wir da Vorreiter sind in dem Bereich. Beim Thema Bildung zum Beispiel kann ich auch nur sagen, ja, ich gebe dir recht, ich finde Programmieren ist auch eine Kulturkompetenz, die man haben müsste. Ich habe mir das damals in der Schule, einfach weil es mich interessiert hat und als Mädchen sicher eher untypisch, selber zur Grafikerin ausgebildet, ich glaube, da war ich gar nicht so schlecht, ich war ein bisschen schlechter im Webdevelopment und ich habe dann auch aufgehört, wie ich angefangen habe zu studieren, aber das hat mir mein ganzes Leben lang geholfen, weil ich ein natürliches Interesse daran hatte. Und ich glaube, man kann nicht unterschätzen, unabhängig davon, ob man es irgendwann im Leben wieder braucht, was das eigentlich einfach für einen anderen Blick darauf einem gibt. Und deshalb ist für mich das Thema nicht nur Mediennutzungskompetenz, und ja, dir gebe ich da recht, das hat was im Deutschunterricht zu suchen und nicht sonst irgendwo, sondern einfach einen anderen Blick auf Technologie zu kriegen in der Schule und das natürliche Interesse, das auch Mädchen haben, indem ihnen einfach die Gelegenheit geben, das überhaupt mal kennenzulernen und zu nutzen. Und da arbeiten wir ganz stark mit Rollenbildern, aber wie wir aus der Geschichte der IT wissen, es war einmal ein Frauenbereich und war es dann irgendwann nicht mehr. Und da könnten wir, glaube ich, dazu zurückkommen. Ja, ich weiß nicht, also wenn ihr eure Wahlentscheidung nur auf das Thema, wenn ihr eure Wahlentscheidung nur auf das Thema Netzpolitik bringt, dann glaube ich, sind wir alle ein bisschen wählbar da. Ich finde es aber auch schön, wenn man sich ausnahmsweise mal in einem Thema, in einer breiten Basis einig ist. Schade, dass es so nicht im Parlament repräsentiert war, in der letzten Periode. Und deshalb kann ich nur dazu aufrufen, eine neue Mehrheit im Parlament zu schaffen, egal wer das sein könnte, die sich bei dem Thema durchsetzen kann, in der nächsten Periode, dass wir da mitmachen. Dankeschön. Ich möchte mich jetzt im Namen von allen Veranstaltern von der Digital Society als Gastgeberin von uns allen, ich hoffe auch im Namen des Publikums, sehr herzlich bei euch allen bedanken. Es war eine sehr informative, sehr angenehme, sehr positive. So stelle ich mir eine politische Auseinandersetzung vor. Ab und zu darf schon ein bisschen gewickelt werden, aber im Großen und Ganzen merkt man, man könnte miteinander zusammenarbeiten. Ich kann es mir nicht nehmen lassen, am Schluss auch noch ein bisschen den abwesenden Parteien zu danken, der FPÖ und vor allem auch der ÖVP, der wir es sicher zu verdanken haben, dass wir heute nicht über False Flag Facebook-Seiten diskutiert haben. Dafür danke und jetzt noch einen schönen Abend. Super, super was. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.